ja hallo hier ist wieder krillow ich herzlich willkommen zurück zu surviving the aftermath und ja wir haben einen radioaktiven niederschlag der uns bevorsteht ich weiß nicht so richtig was uns da erwartet gut ist dass wir keine obdachlosen haben das hilft auf jeden fall schon mal wir werden auch keine leute mehr jetzt dazu holen falls welche vorm tor stehen oder sowas habe ich eigentlich nicht geplant was wir sicherlich noch bessern können jetzt mal schauen worunter das feld da schürfzug möchte ich noch bauen dass wir noch mehr metall abbauen können und zwar weil der direkt dahin um die wege kürzer zu halten weil das wird so langsam weniger und wir haben immer so wenig metall dass wir das sicherlich so verbessern können darüber hinaus da können wir strahlen krankheiten heilen wo ist hier der unterschied also die werden hier schneller geheilt und für kapazität materialien haben wir ausreichend dann bauen wir hier noch ein zweites feld hospital gefällt mir gerade noch an es ist doch verbunden der weg und wir brauchen dann natürlich auch noch ein bisschen mehr strom ja wir haben alles neben das metall nicht aber was haben wir dafür auch nicht trotzdem auch mal eine wind turbine bauen beides mit hoher priorität zur not können wir gleich die umweltstation ausschalten der listen sind einsatzbereit sei so wie wir eben genau schauen also kann erstmal forschungspunkte holen wird aber jetzt aufs maul bekommen nur 43 lebenspunkte muss dann gleich erstmal zurück dich heilen platty kann hier medikamente einsammeln du hast die antibiotika bei dir dich schicken wir mal drück oder jod tablet nicht weiß eben immer noch nicht genau was das ist und du sammelst mehr obst ein so weiter geht's bereiten wir uns auf die krise vor müssen wir noch irgendwas ernten können wir noch hier habe ich glaube ich überall schon eingestellt wir müssen was gleich noch was wir vielleicht auch noch bauen können da fehlt uns auch wieder metall es gibt es doch nicht noch mehr wassertürme da machen wir vielleicht wir haben auch kein wir haben auch kein zement wir haben noch irgendwo hier da große zement ruine und die ich habe übrigens was herausgefunden man kann mit dem mausrad und der strg taste diesen bereich hier verändern machen wir uns jetzt hier natürlich entschuldigung zu nutze ich habe gerade genießt ich glaube man hat es gehört ach so und den werkzeug laden deaktivieren wir mal vorübergehend dass der nicht auch noch metalle verbraucht stellen wir noch jemand mehr ein hoffe sehr dass das hilft bei unserer metall produktion kaninchen saison auch das wäre schön wenn wir jetzt noch einen schwung kaninchen fangen können kolonisten erklärt ihr dass sie eine der neuen fallen hat für die jagd auch kaninchen gearbeitet haben können wir schon wir schicken sie los wenn ich dann haben sich nicht austricksen lassen zwei kolonisten haben die strahlenkrankheit super aber wir haben ein feldhospital überlebende suchen schutz ja wie gesagt wir können das ganze ja mal vorläufig ignorieren aber eigentlich kann die halt nicht aufnehmen das geht nicht wir haben nicht den platz dann kleidung geht zu ende ok ach so ne die meldung ist ja nicht neu die hatten wir gerade schon die spezialisten meldung die ist neu du hast noch 43 punkte das ist mir eigentlich zu riskant riskieren dich da zu verlieren dann willst du noch mehr obst ein Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass mal das Zement knapp wird. Hat nur eigentlich recht gut im Griff, dachte ich mal. So, noch einen Tag. Ich denke, das... Ernten wir auch noch schnell. Etwa irgendwo hier schon Ertrag 0. So, dich können wir schon rauslassen. Dich auch. Und dich auch. Da ist nämlich schon alles geerntet. Ihr könnt in der Zeit noch andere Sachen machen. Okay, wir haben drei Ziegel hierfür. Also dreimal Zement. Arbeitet noch mal. Ah, wir haben jetzt aber schon acht Metall. Also das scheint tatsächlich geholfen zu haben. Spezialisten. So. Hier ist los. Sammeln es noch. Mehr da ein. Und... Den einen Teil Obst schenken wir uns. Gehen wir hier hin. Zurück schauen uns noch an, was es da gibt. Da gibt's noch ein Lager. Ertrag 0. Auch dich können wir dann... Entlassen. Ertrag 0. Euch 3. Auch du bist jetzt... 17 Träger. Die können natürlich noch mal... Hier gut was hin und her schleppen. Bei Ziele haben wir jetzt auch. Die sind hier immer noch nicht geliefert. Okay, das hier war auch eigentlich wichtiger. Weil Strom... Wir können zur Not... Die Umweltstation gleich ausschalten. Vorübergehend. Was braucht denn ein Wasserturm nochmal? Auch 6 Ziegel. Das Feldhospital wird gebaut. Sehr gut. Dann... Deaktivieren wir den. Und dann haben wir doch... Genau. Strom im Überhang. Sehr schön. Ich glaube, das werden wir nicht mehr alles ernten. Kolonisten Anfrage. Einige wollen sich außerhalb des Tors umsehen. Auf die Jagd gehen. Ja, ihr dürft auf jeden Fall hier voll. 28 Wild. Das ist super. 125 Nahrung. Richtig, richtig, richtig gut. Das hilft uns auf jeden Fall sehr mit dem Essen. Das ist super. Das ist super. Höchst. Gut. Das ist super. Und das ist super. ganz. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Doch, bei dir reicht es ganz, um zurückzukommen. Das heißt, wir haben die Medikamente da. Dann können wir auch gleich endlich nachschauen, ob es die gewünschten Jod-Tabletten sind oder nicht. So, Medikamente. Ja, da sind Antibiotika. Okay. Ja, es wird trotzdem nicht schaden, dass wir die haben. So, der radioaktive Niederschlag beginnt. Das heißt, ihr drei solltet dann nichts mehr machen. Lesen wir nochmal eben. Ernte, bevor alles verdirbt. Lege Vorräte von Jod-Tabletten an. Können wir nicht. Setze zusätzliche Sanität ein oder füge medizinische Zelt hinzu, um die Heilung zu beschleunigen. Ja, das Gebäude ist halt noch im Bau. Können wir denn auch noch Metall haben? Wir haben ja alles dafür. Dann können wir nochmal zwei medizinische Zelte bauen. Kolonis Jack ist infiziert. Ja, Krankheiten wird es jetzt natürlich... Oder Erkrankte wird es jede Menge... Oh! Jede Menge gegeben. Da stellen wir natürlich noch Leute ein. Hier genauso. Drei Leute. Damit wir möglichst viele geheilt bekommen. Hier zwei. Und wenn das gleich fertig ist... Auch hier zwei. So, jetzt können wir schon mal, glaube ich... Dann heilen. Vier Kolonisten sind verstrahlend. Okay. So, Weltkarte. Du heilst noch. Du musst erstmal dahin zum Heilen. Du hast noch mehr Medikamente. Die wir... Ja, besser heute als morgen brauchen. Du bringst uns Essen. Okay. So, jetzt müssen wir hier mal schnell ein bisschen Zeit überspringen. Ich glaube, wir haben das mit den Verstrahlten im Moment sehr, sehr gut im Griff. Natürlich sinkt auch unsere Medikamentenzahl jetzt, ne? Der Wasserturm ist fertig. Leider... Ne... Kolonisten wollen reden. Na, ihr habt ja Nerven. Äh, die haben ein Fahrzeug entdeckt. Ja, lassen wir es doch mal. Der Abstieg ist gefährlich. Wir lassen sie mal. Aber fünf Teile. Oh, das ist gut. Teile können wir immer gebrauchen. Spezialisten einsatzbereit. So. Nein, aber noch nicht alle. Ah, du bist einsatzbereit, weil du komplett geheilt bist. Kannst dich mal aufmachen in Richtung der Forschungspunkte. Sechs Kolonisten sind verstrahlt. Okay, jetzt wird es so langsam. Fünf noch, vier noch. Das Heilen geht wirklich schnell. Oh, die Zufriedenheit. Das ist sehr gering. Ja, gut, aber wegen der Strahlenkrankheiten. Da kann man halt nicht so ganz viel auch nicht gegen machen. Oh ja, jetzt, man sieht es schon, es sind so noch 28. Und wir haben auch endlich mal ein wenig Metallvorrat. Sehr gut. Zwei Kolonisten starben an Strahlung. Wie kann das denn sein? Wir hatten noch nicht mal Erkrankte. Also, du warst auf dem Weg dorthin. Fünf Kolonisten sind verstrahlt. Jetzt sind schon drei an Strahlung gestorben. Ja, mehr als das, was ich gemacht habe, kann ich auch leider nicht machen. So, du bist geniesend. Wir räuchern mal nach und nach unsere Einde aus. Spezialisten einsatzbereit. Ich warte jetzt mal ein bisschen, weil ich habe keine Lust da jetzt für jeden einzelnen Spezialisten jedes Mal wieder dorthin gehen und wieder dorthin gehen. Ah, wir haben, wie cool, wir haben es geschafft. So, das weg, das kann weg, das kann auch weg. Und auch da reicht jetzt einer, wo das Ganze vorbei ist. Unsere Windturbine läuft, das heißt, wir können auch Umweltstationen wieder aktivieren, müssen aber einen neuen Arbeitsbereich festlegen. So, dann machen wir mal das hier sauber. So, dann brauchen wir hier Angestellte. Für die Großen machen wir mal zwei. Die Pause wird unterbrochen. Und hier jeweils eine Person. Dann haben wir noch sieben, die tragen können. Okay. Sklavenhändler. Den müssen wir natürlich retten. Was wir jetzt machen. Wir haben zwar 20 Wild verloren, aber Nahrung, wir haben noch ein bisschen. Wir können jetzt wieder anbauen. Ich glaube, das passt so alles ganz gut. Weltkarte. So, du bringst mir die Kamente. Du bringst mir die Kamente. Ach ja, wir kriegen ja jetzt auch nochmal jede Menge Nahrung. Okay. Dann haben wir das definitiv im Griff. Schön, 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 schön. Spezialisten ignoriere ich jetzt wirklich mal. Ich war gerade auch schon wieder zu schnell. Vorrat an Kleidung geht zu Ende, aber wir haben einen Schneider. Nura ist jetzt erwachsen. Oh, wie praktisch. Da haben wir noch eine Hälfte in der Hand. Und jetzt brauchen wir hier mal einen noch größeren Vorrat an Materialien auf Kolonist. Oh Gott, Henry ist abdachlos. Wie kann das denn sein? Okay, dann gibt es mehr Baracken. Machen wir mal an dieser Stelle. Oh, wir haben tatsächlich die große Zementruide aufgebraucht. Das ging jetzt schnell. Machen wir da weiter. Packen den dorthin. So, sind wir jetzt alle. Ja, wir können wieder unseren alten Rhythmus machen. Zement. Das ist eine nicht ganz so schlechte Idee, auch wenn es ein bisschen gefährlich ist. Du kannst einsammeln. Kannst dich schon mal in diese Richtung bewegen. Weil was auch immer wir hier finden werden. Meistens ist es nämlich, glaube ich, so, wenn man den Banditenunterschlupf besiegt hat. Dann wird dann nach irgendwas... Ach, geht jetzt noch nicht. Okay. Irgendwas freigelenkt. Das werden wir im nächsten Video sehen. Wir sind nämlich fürs... Ja, heutige Video schon wieder durch. Wir haben, glaube ich, diesen radioaktiven Niederschlag viel besser überstanden, als ich das erwartet hätte. Ja, dann sage ich einfach mal danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald, euer Krillo. Bis bald, euer Krillo.